Mein Name ist Marek Lomatsch, ich bin Sprecher des Deutschen Lungentages und ich möchte Sie sehr herzlich einladen zum diesjährigen Deutschen Lungentag, der online stattfindet am 24. September zwischen 11 und 13 Uhr. Das Thema des diesjährigen Lungentages ist Lungenerkrankungen erkennen. Sie wissen, dass Lungenerkrankungen eine immer größere Rolle spielen. Wir haben aber nicht nur die häufigen Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD oder Lungenkrebs, sondern wir haben eben auch sehr seltene Lungenerkrankungen. Es ist eben auch wichtig, dass der Patient sensibilisiert ist für die Erkrankungen und die Zeichen, wie man die Erkrankungen erkennt. Denn nur dann, wenn der Patient auch zum Arzt geht und dem Patient auch sozusagen versteht, worum es geht, kann natürlich die Diagnostik und die Therapie sehr viel besser ablaufen. Und wir haben deshalb ein Programm zusammengestellt mit mehreren renommierten Experten. Sie aber können persönlich auch teilnehmen und im Chat Ihre Fragen stellen. Nehmen Sie also an diese wirklich einmaligen Veranstaltungen teil am 24. September. Ich würde mich sehr freuen.